Hallo, wir sind wieder unterwegs in Europa. Diesmal sind wir in Salzburg. Eine wirklich wunderschöne Stadt, die möchte ich euch natürlich auch wieder etwas näher bringen. Deshalb gehen wir jetzt einmal gemeinsam in die super, super schöne Altstadt. Kommt mit! Draußen regnet es wirklich sehr 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 stark und wir sind jetzt reingegangen in die Café Conditorei Fürst. Von hier kommt die original Salzburger Mozartkugel und dass ich mir die natürlich bestellt habe, ist klar. Ja, ihr habt es gesehen. Eine wirklich wunderschöne Stadt in Österreich, Salzburg. Hier ist Mozart geboren. Es gibt Mozart-Cafés, Mozartkugeln. Überall in der Stadt finden wir Mozart. Es ist einfach toll. Es lohnt sich auf jeden Fall hier hinzufahren und einen kleinen Tipp habe ich noch. Eurowings, die fliegen direkt hier hin. Drückt unseren Jungs die Daumen heute Abend, dass wir eine Runde weiterkommen. Das war's hier aus Salzburg. Tschüss, macht's gut, euer Nobby.